Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Star Wars. Der Star Wars hat seinen Namen aus der gleichnamigen Filmgeschichte, obwohl er dort nicht vorkommt, oder haben Sie Darth Vader schon einmal etwas trinken gesehen? Für ein Glas werden folgende Zutaten benötigt. 4cl Gin, 2cl Galliano, 2cl Creme de Noyo, 4cl Zitronensaft, Zeste-Zitronenschale, Eiswürfel. Folgende Utensilien werden benötigt. Shaker, Strähner, Cocktailglas. Zubereitung Eiswürfel in einen Shaker geben. Gin, Galliano, Creme de Noyo und Zitronensaft dazugeben. Gut durchschütteln. In ein Cocktailglas abseihen. Eiskalt servieren. Als Beilagen eignen sich Crackers, Erdnüsse, Kartoffelchips oder Salzstangen. Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit! Erdnüsten Untertitelung des ZDF, 2020